ja wir sind wieder zurück am start mit mine saft mine saft ja mein saft jetzt noch wir holen uns kurz die früchte wir haben uns das sieg gesetzt heute früchte zusammen und die dann zu verpressen ersetzen und so und ich hol mal die naja die säfte gut dann du kümmerst dich um den entsafter dann wo man die scheiße raus gut ich hole jetzt mal scheiße und bis zum nächsten mal natürlich gar nicht wir sind hier in minecraft liebe leute und wie ihr schon seht mit einem neue erneuerung ich hoffe einfach nur dass diese jute entschuldigung schei da oder was das auch immer ist nicht abkackt bei mir sonst muss ich ihn rausnehmen während den aufnahmen weil ich habe hier gerechnet so fast um die knappe 25 fps und ja ich hätte natürlich mehr aber ich muss da was mit der grafikkarte mal machen ja eine neue kaufen nee natürlich nicht ich muss ich muss was mit der exe einstellen von minecraft und java löschen so einfach ja und ich habe mir auch ein bisschen mehr ram hinzugefügt für minecraft einfach wegen motzen so wir dachten dass wir in dieser aufnahme session mal wieder gar nichts machen wir produzieren nur scheiße und sind geld geil na gut das können wir wohl am besten warum ist hier ein loch welcher aus land hat hier ein loch gemacht was für loch wo wie jogen beim fenster ich komme hin hier macht jemand einfach so löchern da oben das habe ich mich auch schon gewöhnt das warst du hey du das warst du das ist da los scheiße jetzt komme ich noch mit meiner spitzacke hier ach ja ich glaube ich weiß wo ich war am machen was ich ja machen was ich verspächer vor der wünsche wand sind und was ich machen wollte ich habe keine ahnung mehr und war meine freunde ja meine freunde meine freunde ja meine freunde ja meine freunde ich habe so viele hier meine freunde gesagt ich glaube wir machen ein trink spielen hier meine freunde ich renne hier sind bladlos durch die gegend aber was wollte ich eigentlich machen ich bin ey till komm mal ne missgeburt greift mich an wohnen wieder da ein jumpen da ja wo bist du du räume wir haben die welt so riesengroah da bist du gut ich komm mal hin ich hab ne ich hab ne ich hab ne dann ist ja schön ja was wollte ich ja machen hier die schüttel die dinge darauf locken hier irgendwie ja zäune zigeuner sollen ja ja meine freunde was gibt es neues zu ziehen was machst du was das so los ein bisschen mehr freie holt die weg da macht deine eigene sache höhle kann ich dich ich weiß nicht aufsammeln oder was ist denn los? Stahllos, ich geb dir das gleich Ja ich dir auch gleich du Sackhaufen Boah der Shader sieht so geil aus aber es fickt mein Laptop Sorry, es fickt einfach mein Laptop nicht Ja mein Computer eigentlich auch Es fickt einfach alles Vorhin 250 FPS und jetzt noch schlappe 30 bis 40 Also solange es nicht wie der Euro einfach so rauf und runter fällt Komm mal, wo bist du? Äh, Lagerhaus Nein Till, du lockst mir keinen Zigeuner her Was? Was? Ich bin geflohen vor diesem Wichser Ey, der ist ja übelst aggressiv und völlig schnell Und klein die Soße Irgendwie Ist das, ist das ein, ist das ein Shader-Mod oder? Ne, das ist in Minecraft, äh, so Es gibt die kleinen, glaube ich, seit 1,6 oder 1,7 Ah, Agro-Kinder, ey, so richtige Assi-Kinder Ey, du hast, ey, de-de-de, de-de, 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 abonniere dich Ey, du hast Assi-Kinder gesagt Ey, de-de, mach mal ein Video, mach mal ein Video Ja, ja, komm, mach ein Video Du bist so voll der Harzer Du bist voll der YouTube Harzer Ne, ich de-de, abonniere dich, ich dislike dich, ah Ey, meine Fresse, so komme ich mir langsam vor, ne Wenn ich mich so ab und zu Kommentare lese, dann vorgibig Ete, bist du zu Schule gegangen oder nicht, echt, ey Was, ein Kamerverhalten wechseln Ja, ob das Kamerad, ob die Kamerad dich von hinten und von vorne nimmt, ne das solltest du ja schon mal nee das ist Weiche ob man jetzt genau was macht oder ob man W ν m Ok ich glaube, ich soll lieber damit aufhören ist ja verboten im Unterricht wie? ne kannst du nicht springen ähm ich glaube F8 darf ich noch drücken, da passiert nix beim Aufnahmenraum hab ich so das Gefühl, gut ähm was wollten wir eigentlich machen, weißt du das? äh in der kurzen Testaufnahme mit Shader bin ich ein paar mal gestorben, das sieht man auch ohne wieder an der Leiste wenn ich nur Level 1 bin, äh ist ja klar, aber ansonsten geht es uns eigentlich noch recht gut Level 1er NOOP in Minecraft ist das eigentlich so von Kacke, Scheiße ähm ja Egal, ich weiss, ich weiss, ich weiss Ich weiss Till, ich spiel das Spiel auch nicht zum ersten Mal, aber doch Was wollte ich machen, weißt du das? Du wolltest glaube ich das Haus vergewaltigen Ne, jetzt mach wirklich Ich kann nicht die ganze Zeit ins Wasser schauen und nix tun Du kannst denn die Hexe da ver... Verdingens Wo? Hexe? Da ist ne Hexe Da brennt die Hexe Los Hey Hör, die gibt's ja gar keinen Ton von sich Oder hab ich die Scheiße so weit hinunter gestellt? Ey ne, das sieht so einfach so geil aus mit dem Shader Achja, schreibt in die Kommentare was ihr vom Shader-Mod haltet Scheiße, der funktioniert nur bei extremen Grafikcomputer Ja So Die können sich keine YouTube-Haar zerleisten Wow Boah Oh, bei mir blendet die Sonne in die Fresse, Mann Sorry, aber das ist wirklich mal Zeit für ein Thump-Mail Äh, bei mir geht das nicht Wenn ich hier Thump-Nails mache oder Screenshot und dann ja, du weisst ja, was meine Grafikkarte momentan von Java hält Aber meine Freunde, wisst ihr was lustig ist? Battlefield 4 Äh, Battlefield 3, ich bin schon beim 4 Kann ich auf Ultra spielen Ich kann Let's Plays machen Hab ne FPS-Zahl von Zagumschreibe 28 Und Minecraft Fickt einfach meine Grafikkarte Ist ja Logo, Minecraft ist das höchste Maß an Schau mal, wir haben hier letztens Äh, in den letzten 2 Milliarden Folgen haben wir hier das Bündchen ausgeleitet Irgendwie, find ich Man bräuchte irgendwas noch Ja, ich find das auch Aber bis wir da raufkommen Hm Ach ja, äh, wollten wir nicht den Strand noch machen? Haben wir den nicht schon? Oder bin ich da auch ganz verwirrt? Also Strand mit so Pool, Planschbecken Haben wir ja hier Ach ja, stimmt, äh, in den Indoor Ähm, Till, ich weiss nicht, aber ich habe jetzt hier noch 12 Wolle Und ich denke mal, es wird mal an der Zeit, dass wir ein zweites Haus, oder wollen wir dieses Haus ausbauen? Hm Hm Oder, ich habe so eine geile Idee, ne? Ich würd sagen Können wir mal so ein Dorf machen, oder? Ja, eben So ein Dörfchen Könnt ihr mal machen Weil es wird mal Zeit, dass, dass die Zuschauer auch mal mehrere Gebäude sehen, weil ich denke mal, ein Gebäude ist für euch zu langweilig, ne? Und irgendwann mal werden wir so wie Gronkh, seien Tausende von Gebäuden, ach du Scheiße Ja Jetzt kommt sicherlich der nächste Kommentar Ihr macht Gronkh nach Das kannst du eigentlich gar nicht vermeiden Denn, ja okay, Gronkh hat ja nur ein halbes Jahr früher angefangen als ich, aber ist ja auch scheißegal Nee, eigentlich haben wir zeitgleich angefangen mit meinem ersten YouTube-Kanal Nur mal so zur Information Und dann dachte der Teller sei fame Nein Mit meinem ersten habe ich wirklich vor Gronkh angefangen, aber Dann habe ich es auch irgendwie aus dem Gedächtnis gelöscht und, naja Ähm, na gut Äh, Holz läuft mal ein bisschen zu Oder ne, komm wir holzen mal die Scheiße raus Ich möchte jetzt gerne wieder diese, diese Steine die hier im Lagerhaus haben, möchte ich gerne wieder haben Ah, warum spiele ich auf Deutsch? Keine Ahnung Wegen Settings und so Ja Ähm Ja, ne Wir sind jetzt schon übelst viele Folgen und so, ne Und ja, ich entsch... Boah, das kannst du nicht bringen Was? Ich muss da was machen Ich muss die Chance ein bisschen machen Nach oben Ja, sonst blendet es den Zuschauern Wie die ganzen Map fallen, ne Oh ne, sorry Leute, ich muss das jetzt einfach Na und, ist doch scheißegal Wir haben... Schatten, ich verstecke mich im Schatten Aha, Grafikeinstellung, fertig, fertig, zurück Boah, die Weizen bewegen sich nur noch ein Audio-Mod und dann wäre es perfekt Ja, ich brauche eigentlich mal ne bessere Grafikkarte Oder... Oder... Steh... Ähm... Wie jetzt Minimal haste wieder... Ein ganzer Leck oder was? Naja... Ich muss passieren wieder an den Shader-Einstellungen rumgebastelt Weil die Sonne blendet hier, Mann Hm, naja... Ähm... Du bist auf jeden Fall noch drinnen und... Ähm... Ich hab die da rüber geschickt, oder? Du hast die alle reingezogen, nicht? Ja Gut Hm... Den Baum hier lass ich mal Ähm... Wir reißen hier einfach die Baudier her Fertig Hey! So... Jetzt habe ich einfach den Shader mal deaktiviert Reaktiviert Ich reaktivier den gleich mal wieder Reaktivieren! Deaktivieren! Alles aus dem Ruder laufen lassen Jupp Aber Minecraft im... Ohne diese Schatten sind auch noch geil aus Müsste mal internal spielen Weißt du, dort habe ich dann wieder dieses... Diese Drecks... FPS-Zahn Ja, weil das einfach... Kommt! Kommt Schafe! Kommt meine Schafe! Kommt meine Schafe! Kommt meine Schafe! Könnt ihr Treppen nach oben? Jaaaa! Sie können Treppen nach oben! Irgendwann stimmt hier nicht! Ich glaube ich... Mach noch ein bisschen... V-Sync wieder an! Hä? Was bringt das? Oh! Cool! Aaaaah! So, wir haben neue Schafe Und... Und jetzt... Jetzt können wir auch so eine riesen Produktion starten, ne? Ach ja, wir müssten das Feld noch ernten, ne? Habe ich schon zum Teil gemacht! Echt? Jupp! So, wir holzen mal wieder ganz schön ab die Bude hier... Gehen hast du mich nicht! Zum Teil habe ich gesagt! Junge, ich will das Ganze! Ein Teil Weizen habe ich auf jeden Fall! Scheiß! Und... One King! Also, ich würde mal sagen... Echt, wir könnten das mal starten! Ähm... Dass wir jetzt, ähm... Sozusagen, ne? Hier nebendran wieder... Ein zweites Haus bauen würden! Und dann ne Stadt dran! Und noch ein Haus! Und noch ein Haus! Und irgendeinmal will es sein... Dass wir dann, äh... Naja... Eine Riesenstadt von der Armee haben! So, jetzt muss ich hier nur noch irgendwie rum herum kommen! Den Baum haben wir gesagt! Lassen wir hier! Ähm... Ich muss noch mal ins gute alte Häuschen! Das Staffel 1... Nee, das ist immer noch unsere erste Staffel... Schau machen Staffeln immer keine Ahnung! Wir machen noch gar keine Staffeln! Oder wir machen hier das ja endlos! So durchgehend endlos, meine Freunde! Ich hasse es einfach... Ähm... Ja, ich lasse es einfach so kommen! Egal! Stört die Zuschauer ja nicht, wenn sie mal kurz schnell FPS Einbrüche haben, oder? Ich weiß nicht! Ich... Hab momentan... Spiel FPS etwa 40 und nehme mit 25 auf! Also... Na gut! Ähm... Ja, du kommst das! Ich hab Fred! Ziegel! Ich schmeiß mal die Söße ein bisschen ein hier, weil ich hab... Äh... Ein bisschen... Ey! Komm mal rein! Eumel! Eie! Kommt raus! Oh! Nee! Muss man nicht! Hm... Ich bin doch so... Ein Kackhaufen! Naja, wisst du! Wenn ihr es nicht wusstet, der Tell ist wirklich nicht...